Hallo! Hallo! Hier ist der nächste Teil! Der vierte Teil des Invasion Mapper Kiss! Diesmal spielen wir auf Favela! In Brasilien! Da fragt man sich doch, wie man diese Maps sieht in Brasilien Fragen und so Fußball Ob die damit auch ein bisschen was zu tun hat mit der Wärme Ob die Idee dazu gekommen ist Irgendwann, was ist das denn? Oh, eine Rutsche für Kinder Wenn man da hoch, dann schauen Andere Seite vielleicht Ja Schau für den Marsch So So Ein bisschen kaputt her Ah ja, das Ei, ne? Das, äh, auf der Dieser Piraten Map Das war Im Schiff drin Das muss ich dann vielleicht auch noch noch einmal machen So Hier ist das Letzte Ei Und sie müsste alle haben Also auf dem Piratenschiff ist da Mitten auf dem Feld ist da so ein Gitter auf dem Boden Und Und Das Ei Der Fußballfeld Aber Wir sind bei So wie wir mal den Ball Und 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 So So, wo soll man dort sein, ne? Keine Map Hier war nicht Fußball Schau mal hier Nicht sehr schön gemacht Aber wenigstens ist es hier, ne? Mal sehen, warum ich die Da war das schon Der Name Ich hab dieser Maimau Das ist auch so eine Art So etwas Na ja, kommt mir erst etwas keiner vor Aber ist eigentlich genauso groß wie die anderen Maps Aber hier, ne? Könnte man sie auch verstecken und allen auf den Sack geben Im Multiplayer Dann ist dann Geschützene In den Schützer stellen Und dann dahinter einfach Na ja Ein bisschen warten Bis das Geschütz weg ist Ach, demütigen Habt ihr euch alle? Ja 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 Oh Ja Das ist ja gut gemacht Da ist einfach nur so liegen bleiben auch eine Toilette boah, eben gestalt Toilette bestimmt vorher kalt sein Favrella im Bresa Scheiss Favrella im Bresa Favrella im Bresa Schaut, dass die Huren so noch da Ja, noch ein Fernseher Das ist nur ein kaputter Fernseher Ja, noch ein paar Häuser Na, hier könnte man ein bisschen so ein Granatenwerfer sein, der resistent jetzt schießt Puh Oh Ich freue mich, ob die heute Also die nächsten Maps wieder kommen werden Also, richtig gut sein werden So, das war's dann Das war jetzt das vierte Video zum Map-Paket Invasion Gold of Duty Ghost Bis zum nächsten Mal